Nein, er muss den Rundschau machen. Ja, beschreib mal. Was soll ich beschreiben? Ja, das Trikot. Saugeil. Ja, das war es jetzt. Das ist nicht viel. Mehr Attribute hat es einfach nicht. Kann ich auch wieder ausmachen, oder nicht? Ja, im Moment würde ich sagen, passiert nichts Spektakuläres. Jetzt kommt Ralf. Das ist auch nicht so richtig spektakulär. Das ist aber RG. Jetzt liegt es gegen Ralf, aber der kommt jeden Morgen raus. Ja, jetzt zähl weiter. Prima, prima. Hallo. 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 Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Als das allerletzte Männchen, durch die Städte zu gehen, die leer und offen sind. Als das absolute Glück, als der allerletzte. Als der allerletzte. Und wo du bist, da kann kein anderer sein. Und würde ich wissen, wo das ist. Dann würde ich wissen, wo kein anderer ist. Dann würde ich wissen, wo das ist. Das absolute Glück, als der allerletzte Mensch am Rand zu stehen. Wo die Welt eine Scheibe ist. Beine baumeln lassen in die Wärme des Weltalls. Und der letzte legt die Nadel in die Rille und wartet auf die Stille. Und jemand geht über den Rand als der allerletzte. Und würde ich wissen, wo kein anderer ist. Und würde ich wissen, wo du bist. 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 Vielen Dank.